Jemand hat meinen Freund umgebracht und wir werden rausfinden, wer. Das ist die große Detektivin. Meine Mutter, Harry Wilde. Sie gucken schon wieder so. Hab ich dich nicht gut ausgebildet? Tada! Das kommt jetzt echt unerwartet. Kann man wohl sagen. Die machen doch nichts Ungesetzliches, oder Harry? Definiere ungesetzlich. Wir stehen gerade ganz kurz davor, dass meine Mutter diesen Fall löst. Das war's für heute.